Augustin Es ist schon wirklich wie verflugt Die Katte ist einfach weg protestende Möhr Sagいました die Katze? Augustin! Wo ist die Katze? Augustin! Sie ist dahin, wenn sie nur nicht raus ist aus dem Haus. Die Turm-Uhr schlug grad Mitternacht, da bin ich plötzlich aufgewacht und also gleich mein erstes Wort war Augustin. Die Katze ist fort, mein ganzes Glück ist sie allein. Ich kann nicht ohne mein Kätzchen sein, ich muss es haben auf der Stelle. Ach Augustin, du hielst mir schnell. Im Zimmer ist sie nicht, in der Küche ist sie nicht, am Dachboden ist sie nicht, im Keller ist sie nicht, und am Klavier ist sie nicht, und am Bett ist sie nicht. Augustin! Die Katze ist weg, im Nähkorb ist sie nicht, im Wäschkorb ist sie nicht, im Hühnerstall ist sie nicht, im Kunststall ist sie nicht, im Ofen ist sie nicht, im Schrank ist sie nicht. Augustin! Die Katze ist weg! 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 Ich hab schon stundenlang gesucht nach ihr im ganzen Haus. Es ist schon wirklich wie verflucht, bei uns schaut schrecklich aus. Augustin, wo ist die Katze? 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 Augustin! So ein Katzenjammer!